Die Woche beginnt mit einem Smoothie. Was ist in dem Smoothie drin? Es sind Buchweizen drin, es sind ungestellte Hanfsame, es sind Moringa-Pulver, Gerstengras- und Weizengraspulver drin, Nehmpulver, Ginsengpulver, dazu sind Chlorella-Algen und auch Kelb-Algen drin. MSM-Pulver ist genauso enthalten wie Braunhörse und dann haben wir frische Himbeeren, gefrorene tropische Früchtemischung, gefrorenen Grünkohl, gefrorenen Spinat, dann frische Bananen, frische orangene Beete, frischer Apfel, frischer Ingwer und frischer Kurkuma. Damit geht die Woche perfekt los. So und zum Abend gibt es jetzt einen Nackthafer-Salat, der ist übrig geblieben von Vegan Potluck, den ich gemacht habe mit Gurken, Tomaten, mit Zwiebeln, mit Nackthafer, also in kalten Wasser eingelegter Hafer und ja, Salz und Pfeffer, das war's und das gibt es jetzt zum Abendbrot. Und ist wahrscheinlich heute auch meine letzte Mahlzeit, das heißt, wir sind heute bei zwei Mahlzeiten verblieben oder es kommt eventuell noch was, das werden wir sehen. Morgens gibt es wieder einen Smoothie und zwar mit den üblichen Verdächtigen. Ich brauche jetzt nicht nochmal alles zu sagen, aber ihr wisst was ist, ein dicker fetter Smoothie. Heute habe ich auch Brokkoli noch drauf gemacht, weil der muss weg, der sieht schon ein bisschen komisch aus und von daher, ja, wird er einfach verwertet, weil der Smoothie ist der ideale Resteverwerter. Viele realisieren das nicht, wenn sie so ein Gerät kaufen, so ein Smoothie Maker, so ein Mixer, dass du das Geld innerhalb von einem Jahr locker drin hast, durch die ganzen Reste, die du verwerten kannst. Und heute ist das der Rest. So, jetzt zum Nachmittagabend gibt es eine ganz einfache Asiapfanne. Das ist einfach nur so eine Asiapfanne ohne alles quasi asiatisches Gemüse und dazu noch eine Dose Schwarzwurzel reingehauen und ja, das war's. Ein bisschen Kokosöl angebraten und das reicht mir vollkommen aus, um jetzt noch durch den Tag zu kommen. So, ich bin wahrscheinlich ja wieder auf den zwei Mahlzeiten am Tag-Trip. Zumindest, ja, läuft, tut sich das so die letzten Tage eingrooven. Heute Morgen gibt es auch wieder einen Smoothie, auch wieder mit den üblichen Verdächtigen, das heißt mit den ganzen Pulvern, die ich am ersten Tag schon genannt habe. Und ich werde es auch so jetzt dabei halten, dass ich die an irgendeinem Tag nicht nochmal wiederhole beim Food Diary, sondern am ersten Tag sage ich alles. Und wenn sich nicht besonders irgendwas tut, dann, ja, werde ich ja nicht erwähnen. Und heute hat sich nichts Besonderes getan. Also, dass ich nur noch eine Banane habe und heute mal eine Kaki reingetan habe. Jupp. So, und jetzt zum Mittag gibt es Sauerkraut. Und zwar ist das frisches Sauerkraut von einem Freund. Also nicht pasteurisiert frisches. Mir selber ist es nie gelungen und ich werde gleich mal das verkosten von einem Freund. Das ist jetzt nicht so monstermäßig viel. Das ist halt so eine kleine Packung, hat er mir gegeben. Aber ich freue mich drauf und die werde ich jetzt essen. Siehst du, was ich jetzt essen? Zum Abend gibt es jetzt Reis. Also das ist Vollkorn-Basmati-Reis mit einem, ja, mit einfach tiefgekühlten Suppengemüse. Das ist alles ein bisschen mit Sojasauce, abgeschmeckt, ein paar Gewürze und das ist mein Abendbrot. So, zum Morgen gibt es wieder natürlich einen Smoothie. Allerdings habe ich heute relativ viel Buchweizen und Hanfsamen reingemacht und ich habe aus dem Garten die Grünkohlstiele. Und die Grünkohlstiele sind unten richtig, ja, eklig, sage ich mal. Also das heißt so schwarze Stellen und weiße Stellen von diesen weißen Fliegen viel und auch so ein paar Spinnenweben und so weiter. Und das hat mir richtig Überwindung gekostet, die heute hier reinzustecken. Aber ich sage, ja, no pain, no gain. Es ist einfach so, dass wir einfach wieder lernen müssen, unseren Ekel zu überwinden. Einfach wieder lernen müssen, die Dinge natürlich zu essen. Und dazu zählt, dass sie halt dreckig sind und dass sie halt von Insekten, ja, quasi, na, befallen sind. Es sind auch wahrscheinlich noch sehr, sehr viele Eier von diesen weißen Fliegen mit dran und so weiter. Und das ist keine schöne Sache. Aber, wie gesagt, ich denke, das ist ein wichtiger Schritt, ja, Richtung, ja, perfekte Gesundheit. Also alles, was man rausholen kann, man kann eh nie verhindern, dass man dann, ach so zu viel in dem Food Diary, wir werden ja philosophisch. Es gibt einen scheiß Smoothie zum Beginn. So, und als zweite Mahlzeit des Tages gibt es heute, ja, Felsalat und Paprika. Dazu Brötchen und Kürbisaufstrich. All das ist vom Lebegesund-Handel. Ich habe ein Überraschungspaket zugeschickt bekommen. Und, ja, da war so eine Überraschungsgemüsekiste dabei. Das ganze Gemüse und halt auch das Brötchen, weil ich normalerweise überhaupt kein Brötchen mehr esse. Aber, ja, das war halt drin in dem Überraschungspaket und da weiß halt nie, was drin ist. Ja, und dieser Kürbisaufstrich, den hatte ich noch da. Und, ja, das ist, wer lebegesund weiß, das ist eine saugeile Qualität und ich freue mich auch, wenn das nur Paprika, nur Felssalat, ohne Öl, ohne alles ist. Das ist halt einfach eine ganz andere Qualität. Und, ja, ich lasse es mir jetzt schmecken. So, heute Morgen gab es wieder einen Smoothie, den ich irgendwie vergessen habe aufzunehmen, aber eigentlich auch egal, weil der Smoothie genauso wie die vorigen Tage auch war. Zum Mittag habe ich mir jetzt einen Monstersalat gemacht. Sehr viel Salat. Das ist ein ganzer Salat, Kopf, ein großer aus dem Garten. Und den werde ich mir jetzt einverleiben. So, und jetzt zum Abend gibt es einen Kaki Apfelobstsalat, den ich mir jetzt hier gleich machen werde. Und den werde ich auch mitnehmen, weil ich auswärtig unterwegs bin, deswegen schnipple ich das alles einfach nur zusammen. Und dazu nehme ich eine Flasche selbstgebrauten Kombucha mit. Und, ja, das ist mein Abendbrot. Heute Morgen gibt es wieder einen Smoothie mit denselben Zutaten wie gestern, bis auf, dass ich jetzt noch eine orangene Bete aus dem Garten hinzugefügt habe. Und ich dachte, ich mixte es einfach mal, dass ihr auch das Endprodukt mal seht. Und, ja, also ein Smoothie zum Morgen. Heute habe ich mal ihn gucken lassen zum Mittagessen. Und zwar habe ich heute beim Chinamann chinesische Nudeln gegessen. Schön mit Glutamat wahrscheinlich, also so Nudeln und Gemüse halt einfach gebraten. Also das, was ich früher gegessen habe, Hühnchenfleisch, Gemüse und Nudeln ohne Hühnchenfleisch. Und, ja, also das war mein Mittagessen. Na, dafür gibt es jetzt was Gesundes. Und zwar, ja, Ananas und darunter sind Persim, also Kaki. Und, genau, Ananas und Kaki, das ist jetzt mein Abendbrot. Aber Mittag, da muss ich erstmal drauf klarkommen, dass ich beim Chinamann wieder gewesen bin. Ne, ist das eigentlich rassistisch, Chinamann? Nö, oder? Der Mann, der aus China kommt, ist der Chinamann.